Musik Hallo liebe Zuschauer, herzlich willkommen im Literaturcocktail auf Tide TV. Aus meiner Bibliothek habe ich für Sie Kriminalromane aus den USA ausgewählt. Der letzte Roman in dieser Staffel stammt von Paula Gosling. Sie ist in Detroit geboren und lebt seit 1964 in England. Ihr Roman Tod auf dem Campus von 1983 erschien 1995 in der sehr guten Übersetzung von Renate Fischer bei Rowold. Mir sind darin zunächst die prägnanten Figurenbeschreibungen aufgefallen. Hier ein Beispiel. Im Korridor beobachteten Stryker und Toscarelli das unscheinbare fünf Fuß kleine Etwas, das mit eiskaltem Augenfunkeln und schnellen federnden Schritten näher kam. Es war ein Mann, aber er sah eher aus wie ein grauhaariger Junge. Mein Name ist Stark. Ich bin der Leiter des Seminars. Der Wachdienst hat mich angerufen. Hier soll ein Mord passiert sein. Stimmt das? Stimmt, bestätigte Stryker und zeigte seinen Ausweis. Ich bin Lieutenant Stryker. Das ist Sergeant Toscarelli. Wir sind mit der Untersuchung beauftragt. Hier? fragte Stark mit einem Blick auf die offene Tür. Ja, er... Stryker reagierte nicht schnell genug. Stark war bereits an ihm vorbei und in dem Zimmer, ehe er den Satz beenden konnte. Bannerman kniete lebender Leiche und entfaltete einen Leichensack. Er hielt ebenso wie die anderen mitten in seiner Tätigkeit inne. Stark stand neben der Leiche und blickte auf sie herab. Sein Gesicht schien sich völlig zu verkrampfen, aber der Ausdruck blieb unbeteiligt. Ist es der? Stryker meinte den Mann, dessen Name an der Tür stand. Ja, es ist Aiken. Offensichtlich kein Selbstmord. Seine Stimme klang teilnahmslos. Auf den Kopf geschlagen und erstochen. Mehrere Stiche, erklärte Bannerman. So, sagte Stark unberührt. Bannerman öffnete den Mund, um fortzufahren. Stryker, der hinter Stark stand, schüttelte heftig den Kopf, doch Bannerman sah es nicht. Man hat ihm die Zunge abgeschnitten, sagte er. Hinterher. Stark sah ihn einen Augenblick lang an, dann machte er auf dem Absatz kehrt und schoss hinaus. Stryker holte die kleine Gestalt auf halbem Wege im Korridor ein, als sie mitten im Schritt innehielt und ganz kurz zu Beben schien. Hat er gesagt? Ja, tut mir leid, Sir, erbitterte Stryker. Er hätte nicht sagen sollen, ehe die Obduktion stattgefunden hat, aber... Stark sah Fragen zu ihm auf. Warum nicht? Derartige Kleinigkeiten führen oft zu... Ich würde das nicht gerade eine Kleinigkeit nennen, Lieutenant. Mein Gott, Aiken hätte den Gedanken gehasst, verstümmelt zu werden. Bei geschlossenem Mund merkt man es nicht, erklärte Stryker tröstlich. Er dachte an die Vorbereitungen für die Beerdigung und versuchte, die Dinge vom praktischen Gesichtspunkt zu sehen. Sie werden ihn so zurecht machen, dass er ganz natürlich wirkt. Das hätte er noch mehr gehasst, schnappte Stark und lief weiter. Sie merken schon, hier geht es flott in den Fall und in die Geschichte hinein. Das Verbrechen ist nicht nur grausam, sondern auch symbolisch. Wir haben hier einen modernen und aber klassischen Whodunit-Roman. Und interessant daran sind meiner Meinung nach mehrere Faktoren. Der Leser weiß aus dem allerersten Absatz des Romans, dass ein Wächter den Mord beobachtet hat. Aber der schweigt. Der sagt nichts darüber. Dann haben wir hier das Motiv des geschlossenen Systems. Also die Uni, der sprichwörtliche Elfenbeinsturm, ist ja eh schon etwas von der Außenwelt abgeschlossen. Es ist eine eigene Welt, aber das Ganze spielt in einem extremen Winter mit Sturm und Schnee und Eis. Und dadurch ist dieser Elfenbeinturm, die Uni, vor allem das englische Seminar, wo das alles stattfindet, noch doppelt von der Außenwelt isoliert. Dann gibt es die Dozenten des englischen Seminars, die magische Zahl zwölf Personen. Und einer von ihnen ist das Opfer, Professor Aiken Adamson. Ein Ekel, wie es im Buche steht. Das leugnet noch nicht mal sein Rechtsanwalt. Noch ein Faktor, alle von ihnen hatten ein Motiv. Und alle haben ein Geheimnis. Und dieses Geheimnis muss unbedingt gehütet werden. Also tricksen alle. Sie tricksen, täuschen und verschleiern, was das Zeug hält. Dazu kommt eine der Dozentinnen, die heißt Kate Trevon. Das ist eine frühere Studentenaktivistin, kann man sagen. Die hat eine tiefsitzende Abneigung gegen die Polizei. Und woher und warum, das erfährt man erst in der Mitte des Buches. Aber aus dieser Abneigung heraus deckt sie ihren Kollegen, der auch ihr Ex-Freund ist, Richard Wayland. Der Leitende der Beamte, Stryker, den wir eben schon kennengelernt haben, der war vor Jahren selbst an dieser Uni. Das ist also kein Mensch, der einfach durch die Polizeischule gegangen ist, sondern der hat wirklich Bildung. Und hat also auch noch ein bisschen anderen Einblick. Aber er ist nicht gesund oder noch nicht wieder gesund. Der hat gerade eine Lungenentzündung überstanden und hat schon Zeit gehabt ohne Ende, sich tödlich gelangweilt. Und der ist so richtig heiß auf diesen Fall. Also ob Kältesturm oder nicht, er will diese Sache anpacken und lösen. Dann gibt es noch einen ganz amüsanten Kniff. Zwischen Kate, Trayvon und diesem Stryker besteht eine gewisse Spannung. Und die ist geradezu greifbar, so stark ist die. Und mittendrin in dem Roman merkt man so allmählich, das schlägt in eine Zuneigung und dann auch in eine Liebesgeschichte um. Und diese Liebesgeschichte, die wird hinterher für die Aufklärung auch entscheidend. Also die Figuren sind ein Hauptfaktor und ihre Verhältnisse zueinander. Es gibt sehr viele Figuren, nicht nur die zwölf englischen Seminarmitglieder, sondern auch noch andere. Und netterweise hat die Autorin diese Personen alle aufgelistet am Anfang. Das ist wie bei einem Theaterstück. Schön aufgeteilt in Uni und Polizei und den Rechtsanwalt extra. Und die Typen, die darin auftreten, sind alle gut beobachtet. Es gibt kurze und prägnante Charakterisierungen. Die Figuren sind glaubhaft und lebendig. Und was ich auch amüsant finde und teilweise auch überraschend, das ist die Beschreibung der Verhältnisse der Personen untereinander, der privaten und der beruflichen, sowohl in der Uni als auch bei der Polizei. Da gibt es halt verflossene Liebe, es gibt heimliche Liebe, es gibt Ehrgeiz, vor allem sehr viel Ehrgeiz, Neid, gegenseitiges Beobachten und auch Freundschaft und gegenseitige Hilfe. Dann möchte ich kurz auf die Sprache eingehen. Was ich ganz toll finde an dem Roman ist, dass der Humor nicht zu kurz kommt. Es gibt ganz witzige Dialoge, witzige Repliken, es gibt Seitenhiebe, Selbstironie. Und die Autorin verwendet viel direkte Rede, also das ist teilweise wirklich wie ein Theaterstück, aber es gibt auch erlebte Rede, also man geht mit den Gedanken der Figuren mit. Und das alles treibt die Geschichte voran und es lockert sie auf und lenkt trotzdem nicht ab. Das ist sehr gut gelöst. Da das ein Faktor oder sagen wir mal ein Verdienst, dass es eben so gut gelöst ist, der kommt der Übersetzerin Renate Fischer zu. Also der muss ich ein ganz großes Kompliment aussprechen, denn meiner Meinung nach ist eine gute Übersetzung die, die man gar nicht bemerkt. Also ganz toll hat sie das gemacht. Es gibt nur so ganz, ganz einzelne Begriffe, die man vielleicht hätte erklären können. Zum Beispiel kommt da der Ausdruck Beta Kappa vor, Phi Beta Kappa. Das kennt man hier in Deutschland weniger. Das ist aber die älteste und angesehenste Studentenvereinigung der USA. Ein bisschen eher bekannt ist vielleicht Weiß, aus der Fernsehserie Miami Weiß. Also Weiß ist die Sittenpolizei. Die ganze Sache treibt wirklich auf ein ganz unvermutetes Ende zu. Wer von den Zwölfen war es? Man fragt sich das die ganze Zeit. Sie tappen alle im Schnee, sie tappen im Sturm umher. Es gibt abgeschlossene und nicht beleuchtete Räume. Es gibt Belauschungen, also Leute suchen etwas und kriegen dabei etwas mit, sehen Schatten hinter Glastüren und so weiter. Das ist also alles richtig gut und spannend gemacht. Und diese Liebesgeschichte zwischen dem Striker und der Kate, die ist ganz wesentlich, finde ich. Also erst mal lernen die beiden, ihre früheren Animusitäten zu überwinden. Nicht zu vergessen, aber zumindest zu überwinden. Denn es sind ja schon einige Jahre vergangen seitdem. Es gab also Studentenunruhen. Und er war eben damals Polizist in Uniform, kein Kriminalkommissar. Und sie eben Demonstrantin. Und die sind also ganz wüst zusammengestoßen. Und das hat also ein richtiges Trauma bei beiden hinterlassen. Aber jetzt nach den ganzen Jahren lernen sie sich eben wieder kennen. Und dadurch, dass er versucht, sie rauszuhalten und sie aber unbedingt beitragen will zu der Aufklärung des Falles, gibt es also eine ganz kitzelige Situation am Schluss. Und man ist überhaupt nicht darauf gefasst, wer es nun wirklich war. Man weiß nicht, ob Mann oder Frau, man weiß nicht, ob es jemand aus der Studentenschaft war, man weiß nicht, ob es einer der Dozenten war oder dieser ominöse Wächter. Das kommt wirklich ganz am Schluss. Das ist richtig gut gemacht. So, und zum Abschluss möchte ich Ihnen dann noch einen Ausschnitt aus den letzten Kapiteln des Krimis vorlesen, die wirklich dramatisch sind. Als ich aus dem Fahrstuhl kam, war mir, als liefe jemand durch den Korridor zur Feuerleiter. Aber als ich um die Ecke bog, war niemand zu sehen. Dann merkte ich, dass die Tür offen stand und entdeckte das. Er sah ein wenig blass aus und schluckte. Zum Glück nur das. Großer Gott. Ich hätte umgebracht werden können. Diese Erkenntnis kam ganz plötzlich. Und er sah aus, als würde er jeden Moment in Ohnmacht fallen. Kate zog rasch den Schreibtisstuhl hervor. Komm, setz dich lieber. Fauler sank darauf nieder. Auf seinem Gesicht glänzte kalter Angstschweiß. Er begann zu zittern. Glaubst du, es war der Affenmörder? Kate starrte ihn an. Wer? Hast du keine Zeitungen gelesen? Die sind voll davon. Nichts Böses sagen, nichts Böses hören, nichts Böses sehen. Aikens Zunge, Dans Ohr. Und um ein Haar meine Augen, dachte Kate. Ist das Fenster richtig zu? Ich friere. Ach ja, Lieutenant Stryker hat es erwähnt. Das ist Janes Theorie, oder? Ich weiß nicht. Wir sollten Lieutenant Stryker anrufen und ihm das erzählen. Er deutete mit dem Kopf auf das Chaos. Kate pflichtete ihm bei. Das Telefon stand an der Schreibtischkante. Während sie den Hörer abnahm, warf sie einen Blick aus dem Fenster. Auf der Mall stapfte eine ihr bekannte Gestalt durch den Schnee und kämpfte von übergebeugt gegen den Wind an. Aber die Bibliothek war geschlossen. Da konnte niemand hinein. Was hatte das zu bedeuten? Dann sah sie eine weitere Gestalt, die sie ebenfalls kannte. Sie folgte der Ersten, die inzwischen die Bibliothek erreicht hatte und an der Tür rüttelte. Sie ging auf und schloss sich. Einen Augenblick später tat die zweite Gestalt das Gleiche. Zwei Menschen waren gerade in eine Bibliothek gegangen, die geschlossen war und eigentlich verschlossen sein sollte. Sie nahm den Telefonapparat in die Hand und stellte ihn auf die andere Seite des Schreibtisches in Faulers Nähe. Ruf du ihn an. Sie hatte die Nummer im Kopf und schrieb sie auf ein Stück Papier. Ich habe gerade etwas sehr Merkwürdiges in der Bibliothek gesehen. Das solltest du ihm auch sagen. Tust du das? Willst du mich hier allein lassen? fragte Fauler ärgerlich. Ich komme gleich wieder. Ruf inzwischen Striker an, dann geht alles klar. Kate nickte ihm aufmunternd zu und ging. Fauler lauschte den Schritten, die sich durch den Korridor entfernten, hörte, wie die Fahrstuhltür sich öffnete, wie das Schloss und der Fahrstuhl sich mit jaulendem Geräusch widerwillig nach unten in Bewegung setzte. Nicht zu fassen, knurrte er aufgebracht. Man könnte denken, ich wäre hier nichts weiter als ein kleiner Sekretär. Also aus dieser Anmerkung merken Sie auch wieder, der Dialog, wie in einem guten Bühnenstück, ist auch dazu da, die Eingebildetheiten, die Standesunterschiede oder vorgeblichen Standesunterschiede zwischen den Mitgliedern ein bisschen zu beleuchten. Und ich könnte mir vorstellen, dass es vielleicht mal ursprünglich aus einem Theaterstück hervorgegangen ist oder dass man daraus eins machen könnte. Wobei vielleicht bei seinen Filmen, denn Schneesturm und so weiter, ist vielleicht doch besser geeignet für Film oder Fernsehen. Ja, wir haben also einen spannenden und trotzdem lustigen Roman, Tod auf dem Campus von Paula Gosling. Ein Einblick in die abgeschlossene Welt einer amerikanischen Universität. Er ist witzig, er ist unterhaltsam, hat gute Charaktere und er ist spannend bis zum Schluss. Lesevergnügen pur. Und das, meine Damen und Herren, das war wieder der Literaturcocktail auf TideTV. Ich bin sehr dankbar und froh, dass Sie mich wieder in meiner Bibliothek besucht haben und freue mich auch wieder auf Ihre Buchempfehlungen. Kommen Sie ins Studio, stellen Sie mir Ihre gedruckten Lieblinge vor. Die Mailadresse lautet literaturcocktail at tidenet.de. Ich freue mich auf Sie und bedanke mich für heute. Herzlichen Dank fürs Zuschauen und tschüss. Bis zum nächsten Mal im Literaturcocktail auf. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.